so da sind wir wieder ich will da nicht hoch das war jetzt sehen du gehst es doch es ist geschlossen ich habe keine chance da hochzukommen ich bin lieber da hoch ging das in die kanonisation hallo das ist ein eklige wesen drin aber sich die hände gewaschen an welchen schwarzen umgebracht die frage wollte ich eigentlich gerade stellen ist der noch da ist der weg der lag da oder der war ja zog umgelaufen hat uns verfolgt ich meine das wäre rechte flanke was jetzt hier links was aber noch die wandkrabler leben noch die was die wandkrabler die auch anwenden kann ich habe sie auch noch die leben noch ich habe nicht alle umgebracht drücker bestmacht weißt du gar nicht rein theoretisch da war es wahrscheinlich da war das rüstungskammer ich muss schon mal eine nach oben und dann einmal nur hier aber das ist auch noch alles was ein paar sachen sind auch gesperrt aber was auf jeden fall noch da ist sind diese figuren die wir nicht alle schossen haben die sammelfiguren da gab es auch diese mysteriöcone figuren stimmt er aus einem blockenturm weiß ich ja er hat ein paar die wir übersehen haben bis wir einfach dachten ja kein besonderes schießt du die später kaputt kann ich denn da rein dadurch die bibliothek sehen das sind eigentlich alle türen offen das ist er geht mit es ja steht auch da ein wir waren mal hier wir waren auf jeden fall mal hier ich muss nicht über eine tür ich muss nicht befreien das war das war ein ladefehler jetzt bist du jetzt war das ich bin richtig aber doch so recht der flur entlang wo die viecher waren und dann rechts ich glaube da war auch immer eine figuren noch ich weiß nicht mehr konnte ich die einfach erschießen mit welcher waffe wie waren die du musst auch häufiger treffen ich würde mit der shotgun lieber schießen weil sie springen ja schnell und guck auch auf decken ein 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 ding ist total jetzt hier rechts glaube ich oder ja 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 aus nach links computer muss das einstecken Lass mal den Dongle wieder ausfahren. Ist so dämlich, so dämlich. Müssen wir da noch was machen? Wahrscheinlich. Ja. Ruhig. Bruder. Ich dachte, das wäre eine Wodkaflasche gewesen. Darum erstmal eine Flasche Go-Wood schaffen. Tadaa. Lightning Hawk. Ja, es ist die Mac. Meine lieben Stars Kameraden, wie läuft es bei euch auf der Station? So, müsst ihr euch immer noch mit den alten Ironmans herumschlagen? Ich? Ich komme gerade von einem heißen Date. Ihr könnt euch sicher gut vorstellen, was wir unter diesem Regenschirm getrieben haben. Bitte was? Europa ist fantastisch. Ein Monat reicht bei Weitem nicht, um auch nur an der Oberfläche zu kratzen. Vielleicht verlängere ich meinen Urlaub, die haben weitere sechs Monate. Alles klar. Ich meine, ganz kurz. Was haben wir zu bieten? Ich meine, wir haben Frankreich. Deutschland. Italien, Polen, Tschechien. Wer will das sehen? Ach, mein Deutscher wird über sechs Monate lang sehen. Also für Deutschland braucht man schließlich mehr als sechs Monate. Ah, das ist geil. Monat lang ist man weg. Ach, jetzt noch sechs Monate drauf. Barry wagt es ja nicht mehr nachzukommen. Wir wollen doch schließlich mit nicht all die süßen Milz hier zum Heulen bringen, oder? Überlasst die Bräute ruhig mir. Jill, wenn Claire versuchen sollte, dich zu kontaktieren, riecht dir bitte aus, dass es mir gut geht. Chris Redfield, den kennen wir. War das nicht der Typ, der uns gerettet hat damals? Ja, in Resident Evil 7. Das heißt, der überlebt. Der überlebt. Spoiler. Spoiler. Und der rettet uns das Leben. Jetzt nun mal so. Was sind unsere Ziele? Warum ist das immer noch rot? Haben wir da immer noch was zu erledigen, oder? Hast du den USB-Stick wieder mitgenommen? Wird durchsucht. Da scheint wohl immer noch was zu sein. Dreh dich mal um, hast du noch den USB-Stick getrunken? Aber, natürlich habe ich den USB-Stick. Nein, 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 nein. Was habe ich gemacht? Warte, warte. Kriegst du? Nein, 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 nein. Tab. So. Eine Bauchbarung noch nicht mehr. Aber ist jetzt weg? Genau. Ah, okay, der USB-Stick war's. Die Bibliothek ist auch noch immer irgendwas. Ja, ich habe noch keine Ahnung was. Drück mal, es ist doch noch mehrere Taschen, die Bibliothek. Ne, geh mal eins hoch. Da ist noch was mit dem Chefbüro. Ah, ne, das ist glaube ich eine andere Etage dann. Da ist alles okay. Da ist alles okay. Aber da war noch eine Figur. Ne, warte. Auf dem Gang war irgendwo noch eine Figur außen. Ja, irgendwo. Kannst du wirklich die Figuren jagen? Ja. Da ist alles. Da ist alles schon. Wo müssen wir hier hin? Drück mal M. Was? M. Ich werde mal kurz... Ähm... Wir müssen wenn ein... Ja, wir können jetzt über den Duschraum runter gehen. Müssen wir hier noch irgendwas machen? Eigentlich nicht. Äh, da. Die Granat und das... Das... Zeug da holen. Theoretisch. Äh, da kommen wir hin. Alter, der Lärm. Also bis wir die Figuren alle gefunden haben. Ich weiß es ja nicht. Es waren mindestens glaube ich drei oder vier. Also ich hab... Während ich die Folgen schneide, sehe ich ab und zu mal noch die Figuren. Wo ich denke, ach scheiße, die haben wir da und da übersehen. Ah, das ist jetzt schon... Vier Monate her, dass ich das geschnitten habe. Waren nicht irgendwelche Geräusch mit Figuren oder? Jaja, wenn man nahe kommt, äh... Da hast du so ein... Das ist doch wie ein Geräusch. Aber ich weiß nicht, wie viele von den Wesen jetzt noch leben. Von diesen Wandkoppelern. Ja. Da war eins. Das ist okay. Das ist gut verloblich. Okay, ich muss da runter und dann... Da rein. Ne, warte, wie komm ich da hin? Also entweder... Ja. Ich habe einen... Den Herzschlüssel. Den haben wir nicht. Der ist aber offen, ne? Ja, warte mal, wie kommst du da hin? Ja. Also runter, dann... Also in Gang runter, dann rechts. Dann einfach wieder hoch. Und einfach rum. Und auf dem Weg, äh... Da drinnen war ein Safe Room. Ja. Bist du da erstmal rein? Bist du! Renn, 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 renn. Renn, 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 so! run! werden einen Nobber Left und den城 waren. Du kennst halt P- In was Läubber Kapitel hin... Ich mach mal den neun, oder neun. Perfekter Scheiße! Warte, hier ist doch in die Kiste oder wo war die Kiste? In die Kiste ist doch vor dir. Da kann erstmal die rein. Warte mal, den Film? Ist das... Warte, gib mal auf den Film. Stopp. Achso, gut. Kombinieren. Sehr schön. Was ist mit dem Film? Kann man den entwickeln oder ist das so ein... Der Film. Die können wir jetzt entwickeln lassen. Stimmt, deswegen mussten wir nochmal hier hin. Umblättern? Dann sehen wir das auch. Was soll man damit? Äh... Kann dir irgendwas davon bekannt vor? Weil das ist doch ne Figur, oder? Kannst du? Theoretisch... Ja, doch, doch, ich will doch grad gucken. Was ist denn... was ist im oberen Bild? Was ist denn da? Ja, ein Schreibtisch... Telefon... Keine Ahnung. Das kann doch jeder schreibtisch. Okay, wenn wir das nächste Mal noch so ein Schreibtisch sehen und so ein Radio, ne? Ja, und die sind jetzt nicht hier, die sind jetzt immer... Und die sind jetzt immer... Und die sind jetzt immer... Und die sind jetzt immer... Ja, genau, dann E. Genau. Wir suchen jetzt so ein Schreibtisch und so ein Radio. Dann haben wir da versteckt. Oder ist das dasselbe? Ich weiß es nicht. Also das hier sieht man... Also das sieht nach dem selben Holz halt aus, weißt du? Hm, das ist irgendwie ein Büro, das hier wirklich schon... Pass gesagt ist unten. Aber ich hab' keiner weiß... Wie viele... Das könnte vielleicht hier... Oder war das da, wo die Mac war? Da war auch so ein Schreibtisch. Ne, nicht so einer. Das war viel heller drüber runter. Scheiße. Warum können wir mal eine Lebensanzeige sehen? Äh, Tab. 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 Ja. Wir müssen auch gesund. Wie viele Schüsse brauchen die? Ich weiß es nicht mehr. Aber ich glaubste 3 Schuss vielleicht mit der Shotgun. Ups. Warte, ich glaube. Ich bin da. Oh Mann, was ist der? Das ist noch einer. Das ist noch einer. Nachladen, nachladen, nachladen. Ups. Scheiße. Base. Ja, voll. Ich muss... Back. Schieß einfach mit der Back. Schieß einfach. Warte. Schieß einfach. Weg. Oder so. Er ist tot. Oder. ich kann sie nicht noch haben das ist ja zwei schuss noch weg würde ich nicht das ist zu stark ja nicht bist du dann ist auch schon drunter ja weil jetzt gerade auch durch die türen hat doch noch was hat sich durch der art und kürzer hat ja das müssen das werden aber ich habe ein bisschen ja ich wollte nur kurz wissen ob das mess jetzt wieder also das neueste ist aufgerüstet wir haben das ja verloren hatten wir das scheiße was haben wir die buchstaben die wir uns machen sollen fz rechts kommen wir durch da brauchen wir den herzschlüssel da links meinst du musst du von der anderen seite ran und jetzt nix rum komplett runter und dann da könnten auch rechts aufpassen zwei schusses nicht reichen kann er rein rein ja wahrscheinlich nicht aber geh weiter weiter schnell zu stürmen steht gar nicht wieder auf Das ist glaube ich links. Da ist noch links eine Tür, oder? Nee, weiter noch links, da links ist die Tür. Hey, den haben wir mal da gelassen, das ist ein Messer von uns. Leer, ist leer, ist leer. Mach du was? Sorry. Guck mal, ob du das Messer nimmst. Ducken? Ich konnte mich ducken. Gar nicht. Okay, da war ja was. Kombinieren. Und da war noch was, ich glaube Pulver. Wo? Irgendwo da, ich glaube hinten rechts. Da, genau, bei der Tür. Und, alles leer. Den haben wir. Das war ja hier Treppenhaus, okay. Haben wir die Tage jetzt auch clear, ne? Gut, hätten wir das auch schon geklärt. Da... Brauchst du da überall da, wo wir einen Herzschlüssel brauchen, ne? Ja. Obwohl, das ist ja jetzt nur die Tür gewesen. Und die Tür? Oder kommen wir sonst in den Vernehmungsraum? Doch! Über den Vernehmungsraum konnten wir über die... Da waren Fenster halt durchgeschlagen. Jetzt nehmen wir das Fenster durch. Weil sonst wäre der Raum ja noch rot. Da ist die Bibliothek, keine Ahnung was da noch ist. Aber Chefbüro, gehen wir mal hoch? Waren wir mit dem Chefbüro? Nein, der ist noch dunkel. Oder ist der 1 weiter runter? Der ist in der 2. Der ist in der 2., ne? Da fehlt uns, äh... die Schlüssel für. Da unten kommen wir sonst auch nirgends so rein. Okay, wo finden wir den Scheißflüssel? Da oben ist auch noch irgendein Raum. Ah. Guck ich. Hier oben sind wir ja damals schon nicht weiter gekommen. Ich glaube... Da ist es wieder runter. Kann es runter, möchte ich nicht. Ich glaube, da müssen wir jetzt hin. Was anderes bleibt sonst nicht übrig. Lass mich bitte durch. Einen Versuch. Wir sollten Dings neu herstellen in der Munition. Ich renne aber an die Zerfung. Ups. So, hier rum. Links rum. Da sind wir in der Haupthalle. Aber wir haben gesehen, die Mecke ist echt scheiße gut. Puh. Puh. Warte mal. Äh. Ist das ein Radio? Ne. Das ist nicht, oder? Kann man das sehen? Ne, das ist es nicht. Ne, das ist es nicht. Ne, geil gewesen. Das wäre das auch zu schön gewesen. Gut, dann kannst du jetzt speichern und vielleicht auch Munition herstellen. Erst Munition dann speichern. So. Ne. 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 Hochwertig. 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 Nochmal. 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 Pistolen. Und hochwertig. Und hochwertig. 6 agreportig. Aber wir wäre bereits Sanftnsобыchdchen. Wir haben. Ich würde sagen, wir bräuchten... Äh. Ich. Ich weiß nicht... Ich, wir brauchen echt eine mehr normale Munition. Das war eine normale, normaleimarbe. Ja, aber das Problem-Ja. Ihr könnt noch mal, normal. Und shopgram, also ihr könnt noch mal shopель brauchen. Oder halt mich. Oder halt mich. nicht mehr ich will es jetzt zweimal mischen haben wir shotgun money also normal normal hochwertig das ist schott kann normal und das und das auch noch was andere das ist ja ich sage dann haben wir ein bisschen so wird die schottkorn von das ist die schottkorn 2 l1 versuch wird weniger auf leute zu schießen das können wir wenigstens die schmerzen nicht schaden so ist es dann was man dann noch einmal speichern ja zu wollen wobei wir hin ist die frage müssen wissen wo die sorge wo die dinge da sind ich kann mir vorstellen dass der ein bis eine bild so richtig hier oben ist im chefbüro sonst hat mir auch keine weiteren ausrufezeichen hier wo der schlüssel für wohl herkriegen keine ahnung und hier unten da war das ist also kann man ja weil das weil wir da immer wieder filme abspielen können wahrscheinlich deswegen das ist unser einziger anhaltspunkt sind entweder jetzt in der kanalisation dieser eine gang wo das große fette ding ist dieses große fette irgendwas ist da wie weit herumlaufen oder halt diesen herzschlüssel suchen ich glaube das ist ja wirklich irgendwo dann da ist was der besprechungszimmer könnte was sein ne 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 das haben wir gerade eben durchgelaufen das ist das wo stimmt diese tische sind hier ist auch nichts mehr wenn dann eins der büros von der westseite oder eins glaube ich höher aber es gibt aber wo wir die märkte haben aber wenn das sah anders aus da ist es weil dabei ist halt ein büro halt ich will die büros ja ganz schnell abklappern ja klappe das kurz ab wenn das lange dauert kann ich sie ein bisschen rausschneiden ist ok man hat ja keiner ein radio verdammte scheiß wie sah das bild nochmal aus äh tab in dem ee ja so eins war das ein scheiß telefon das sind aber wahrscheinlich andere jürfe ja ne das ist besser drin ne 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 und jetzt mal kurz gucken tab ne 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 Wir können die Raccoonfigur noch holen. Nicht weg. Siehst du, das war aber nur wegen Sinn. Okay, wir können uns aber die Raccoonfigur holen. So, jetzt hier links die Tür. Alles Gott, links hat es nichts mehr durch. Doch! Ui. Eine Holzkiste. Ah! Öffne, öffne, öffne. Äh, Tom. Ja, du brauchst eine... Untersucht, untersucht. Daran ist etwas. Lightning. Jetzt hörst du die Waffe. Uuuuh. Eeeeh. Geist, Leute. Uuuuh. 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 Geil, 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 geil. Uuuuh. 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 Ah, jetzt kannst du auch viel besser ziehen. Ich kann euch die leider noch nicht nutzen. Schade. Geil. Okay. Wo war die Ihre Konfigur? Oder? Daher! Schade, motherfucker. Headshot. Doppel, äh. Penetration. Okay, das haben wir. Okay, das haben wir. So ist links. Kannst einfach da durch jetzt durchs... Geil. Irgendwie halt. Äh. Was ist da links? Waren wir da schon? Klar waren wir da. So. Ne, 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 guck mal, das ist schwarz. Was? Das ist schwarz. Was ist das? Ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern. Ach, das ist ne Planke. Kein Fenster. Moni? Und diese Planke. Du kannst auch irgendein Fenster zumachen. Tada! So, jetzt einmal... Hier lang und dann... Da unten lang. Ach, der hat jetzt zerstückelte. Warte. Was ist das jetzt mal? Junge! Okay, jetzt aber... Äh, heim. Oder? Nein. Ich dachte, wer denn ist rot. Ah, der, der nur ne halbe Portion ist. Wollen wir den Headshot testen? Wollen wir den Headshot testen? Nur wenn wir missen. Der wird aufspringen. Dass der jetzt zu nah dran ist. Der wird, der wird aufspringen. Respekt. Bro. So. Deswegen müssen wir die Waffe aufbewahren. Ich weiß, das ist so unnötig. Okay. Äh, laden. Der unterste war das, ne? Gut. Okay, das heißt hier auf der Pause und dann die nächste Folge. Wir müssen halt runter wieder. Hilft nix. Okay, zum Zusammenfassen. Wir haben ein Brett gefunden. Wir haben ein bisschen noch geheilt. Wir haben noch ein bisschen Moni gefunden. Wir wurden noch mal von dem Altsami angegriffen. Ähm, sonst irgendwas? Nö. Und wir haben ein paar Rekundfiguren gefunden. Ansonsten, das war's. Ja. Ja. In der nächsten Folge geht's weiter mit Chris. Das hat ja abgemacht. Sollte eine werden. Kann das nicht so rüber? Nein. Okay. Dann hören wir damit einfach auf. Bis zur nächsten Folge. Tschau. Tschau. Schicksal. Schicksal. Knüpierer Untertitelung des ZDF, 2020